Ich bin zu mir nur für die King of Avalon. Ja, zu mir nur für die Ferse. Entschuldigung, bei 13.00 Uhr will ich mich entspannen. Ich gucke trotzdem wieder in der Beine. 13.00 Uhr, 14.00 Uhr, weiß es nicht. Wir nehmen das um 2.07 Uhr mit. Was ich unterbrochen? Oh, ich bin schon wieder in der Beine. Ich bin schon wieder fertig. Oh, du bist ja noch mit der Beine. Ich bin schon wieder in der Beine. Ich bin schon wieder in der Beine. Oh mein Gott, ich kann die Sausgaben nicht mehr machen. Oh, ich will das nicht mehr machen. Ich spiele das Spiel wirklich nur. Oh, bitte. Danke. Gut. Ich bin in dieser Maschine sehr nett. Und das. Und das ist ein bisschen besser, wenn ich will. Und das. Jeden Dienstag. Jeden Dienstag kommt das Spiel King of Avalon und die anderen Spiele. Okay. Das heißt eigentlich. Jeden Dienstag kommt King of Avalon. Beginnt an alle Gaming-Videos mit fremdiger oder andere Persona. Ähm. Wir werden. Jeden zweiten Woche von Samstag und Sonntag kommen. Die Videos. Die ganz normale Videos. Wenn ich Lust habe. Aber. Merkt euch das. Jeden Dienstag kommt das. 100% geht. Wenn es das nicht ist, dann muss das Samstag oder dann. Bestens einmal mehr. Und alle Videos. Eigentlich. Jede. Jede zweite Woche kommt der Reihe Videos hoch. Zum Beispiel. Wenn ich mich mit jemandem verwirren. Oh, ich dachte. Verdammt. Jeden Dienstag kommt dieses Video raus. Das ist viermal in der Woche. Dann rechnen wir mal. Zwei Mal Samstag und Sonntag dazu. Acht Mal kommt King of Avalon im Monat. Acht Mal in der Woche im Monat. Acht Mal in der Woche. Acht Mal im Monat. Justin. Acht Mal im Monat. Nichts, nicht mehr. Nichts. Nichts. Du bist nie. Alles. 264 Minuten 20 Minuten Ja Ja Ich darf doch einen Helden werden wir nicht mehr sehen Keine Schweine Das war es auch mal wieder Das war es auch mal wieder Ich glaube das wird nicht mehr so lange Gaming irgendwann dauert es nicht mehr so lange Es dauert es nicht mehr so lange Das war 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 es nicht mehr so lange Ich glaube das war es nicht mehr so lange Ich glaube das war es nicht mehr so lange Die Genau. Genau. Ist klar? Was ist das? Ich weiß nicht was es ist. Ich würde es mal... Oh! Ich weiß nicht was ist bei mir. Das ist eigentlich nur meine Beläuerung. Die ist richtig gut. Ah ja! Wenn ich das da kriege, kriege ich täglich. Was ist das? Irgendwann abreißen? Keine Ahnung. Ah, ich glaube ich bin kein... Entweder oder. Uh! Wie lange dauert es? Wie lange dauert es? Kann ich das an die Frau hier hinziehen? Kann ich das an die Frau hier hinziehen? Okay. Okay. kann ich das machen. Ah ja. Wie lange dauert es? Oh nein. Ja, ich bin ja bald... Nein, ich bin ja bald damit fertig. Oh, dann habe ich ja die Forschung hier zu Ende. Dann lande ich hier. Das wird ja nicht besonderlich. Ich bin schon hier. Oh nein. Geht mir weiter. Oh, was ist hier meine Bruder? Ich tolle mich. Mein Geschenk. Oh nein. Das ist ja nicht. Jetzt gucke ich mich. Ja, ich gucke meine Job. Ich gucke mich mal in den Job. Hopp. Warte, warte, warte. Ich weiß jetzt nicht, was das wird definieren. Was das für ein Tod ist. Und was, was mit der Pläne sagt. Oh, das ist meine Halloween, oder? Ich gucke mich mal. Ich gucke mich mal. Ich gucke mich mal. Ich gucke mich mal. Warum bin ich schon hier, bin ich mir wenigstens das Weihnachtsding? Das ist mit dem Dings überhaupt irgendwas zu sehen. Ich brauche die Talie nicht und ich kriege das eh so oft. Ja. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Dafür habe ich 500 aufgegeben. Was ist das für eine Sch... Ich brauche mir sowas nicht wieder. Ich gucke mich mal. Kreuzweise. Nee. Leg dich. Oh, was. Was ist das? Was ist das? Alles auf? Level 13, nicht mehr. 2 Schritte. Geil. Was ist das? Warum? Was ist das? Gähne. Ich habe das, was ich gemacht habe. Das ist gut. Ich habe da. Bis zum nächsten Mal, ciao.